Die Allkugelwagen sind über 1800 Kubikzentimeter und da ist eine fast Audi BMW Klasse, da ist wirklich alles drin. Was ragt nun ab? Von ganz hinten kommt dann eine rote Audi ganz hinten hin, nach vorne. Aber, ohne Ahnung, geht die 632, über 80. Zwei Autos liegt es in der Posten, am Außen bei Ihnen, aber vorne ist der WP mit der 668, das ist Hans-Hannemoth. Hans-Hannemoth ist dabei. Ja, auch hier, da kam ein Leidensleuder drüben, an Posten 3 heraus. Tor war aber 668, das ist immer noch Hans-Hannemoth. Aber wir schauen mal, da sehen wir die 668 oder 668. Manuel, ich habe es in der Stadt. Hans-Hannemoth ist dabei. Da gibt es auch so einen Fett oben, die hier anfühlt sind. Das ist die 666, 4696. Manuel Hermes, die Tür. Oh, Mario Sühlen. Mario Sühlen, das ist der ewige Weg aus dem Friedenland. Das ist der ewige Weg aus dem Friedenland, das ist der ewige Weg aus dem Friedenland. Das ist der ewige Weg aus dem Friedenland. Der Eindruck, der Stadionland-Fürgerl. Der Stadionland, das ist der ewige Weg aus dem Friedenland. Der Stadionland, der Stadionland, der Stadionland, der Stadionland, 1696. Das ist der ewige Weg aus dem Friedenland-Fürgerl. Manuel Hermes, Hans-Hannemoth. Und jetzt noch mit dem Platzfuß rettet sich die 568. Wir kommen auf Tee. Der ist die Landau.